Utthita Kurmasana, die stehende Schildkröte, gehört zu den fortgeschrittenen Gleichgewichtsübungen auf zwei Hände. Du musst Yoga Nidrasana gut beherrschen, um die Stellung üben zu können. Ausgangsposition ist die Sitzhaltung. Von hier gibst du die Füße hinter den Kopf bzw. hinter den Nacken, du verschränkst beide Füße dahinter. Du hast also die Oberschenkel hinter den Schultern und dann hebst du das Becken hoch und den ganzen Oberkörper und so bist du Utthita, stehend auf den Händen in der Schildkröte. Diese Stellung entwickelt die Flexibilität der Hüften und der Schultern, ist eine gute Massage des Bauches, stärkt die Arme und ist eine gute Gleichgewichtsübung.